Ja, ein herzliches Willkommen, ihr lieben Leute von heute zur nächsten Folge vom Gas-Station-Simulator. Es wird fleißig getankt, es wird fleißig von der Silvia bedient, Geld flutscht. So, ich würde mal sagen, ja, da schaut es auch aus, aber Klo zeigt dann auch recht gut an die Leiste oben links. Ich muss unbedingt bestellen, Leute, es ist ganz wichtig, denn wir haben eine neue, also neue Werkstatt nicht, aber die Werkstattarbeit dort läuft. Finde ich cool, Leute, aber es ist so stressig, jetzt noch mehr Stress, als es eh schon ist. Da wartet eine, achso, okay, wir haben nicht mehr viele Ressourcen, Leute, nur noch wenige Reifen, da ist der nächste. Geht der Eierer nicht jetzt rüber? Ich bin gespannt, ob der Riccardo seinen Posten hier verlässt und rüber geht zum anderen. Ja, geht er, Leute. Ja, er hakt sich fest. Leute, ja, da sind viele Reifen, aber dafür andere Sachen nicht. Ich, ähm, ja, ich muss bestellen, Leute, ganz dringend, äh, wieder alles für die Werkstatt bestellen. Autoteile werde ich noch einige Reifen raufschmeißen, Leute. Äh, 1000 für Reifen, Autospiegel werde ich auch noch einiges, ähm, nehmen. 10 Autospiegel, dann, ähm, Kratzerentferner, es wird unglaublich teuer. Äh, Motoröl, auf jeden Fall und bestellen, Leute. Es muss nämlich sein. Ich weiß, ich habe fast kein Geld mehr, aber für die andere Seite der Werkstatt brauchen wir auch was. Wow, 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 wait. Ja, sie hat einen Mist gebaut. Ja, sie hat einen Mist gebaut, du Vogelin. Aber du wirst besser mit der Zeit. So, wir machen weiter in dieser Session, Leute. Ähm, ja, ich weiß, die Autowaschenlage, es ist so mühsam, äh, Auto zu waschen. Aber was gibt es noch, Leute? Denn ich habe ja ein Update hinzugefügt. Management, nö, da kann ich jetzt nicht, äh, will ich jetzt nächstes Mal Aktualisierung. Was haben wir da? Mehr Level 6. Die Sprühdose. Mehr Dekorationen, Gebäude-Upgrades für 5000. Huh. Das da, schaut einmal, Leute. Schaut einmal, das ist das Update. Can't touch, ah, can't touch this, das ist das Update. Brauche ich aber 5000. Äh, was haben wir da? Drucklufthammer. Äh, und Airbrush. Ja, das muss im Drucklufthammer das ganze Einrichtung. Könnte ich sonstiges, zum Beispiel auch Parkplätze erweitern. Aber das kostet mich alles. Äh, Toilette. Kraftstofftabzäule. Bushaltestelle. Ja. Ja, Leute. Äh, ich muss schauen, was da alles Neues gibt, Leute. Einrichtung, Angestellte, Dienstleistungen, Abfallsammlung, Darlehen, Wand übermalen. Was habe ich eigentlich? Punkte, Leute. Nö, ist mir wurscht jetzt. So. Alle perfekt. Wie schaut es mit dem Benzin aus? Muss ich mal schauen, wie es mit dem Benzin ausschaut. Äh, es wird auf jeden Fall nicht ohne. Ähm. Kraftstoffvorrat. Wie viel habe ich noch? 292. Wenn ich mich jetzt nicht verschaut habe. So. So, da haben wir auf jeden Fall einmal die Lieferung. Leute, ich liebe dieses Spiel. Ich glaube, das sieht man auch an der Folgenanzahl. That'll do. That'll do. Bitteschön. Danke ebenfalls. Und in die Werkstatt. Ich muss das alles ausmalen. Hier die linke Seite. Leute, so. Die Reifen gebe ich einmal da her, weil da haben wir keine Reifen mehr. Äh. Nicht, Leute. Ähm. Öl. Keine. Wo ist denn das Öl, Leute? Hier. Das Motoröl. Äh. Die Spiegel. Alle hier hin. Genau. Und Autokratzer. Autokratzer hier hin. Sonst habe ich eigentlich je nichts mehr. Was ist das da eigentlich? Äh. Fluid. Was ist das? Batterie, ne? Das schätze ich mal. Ja. Das schätze ich mal. So. Ähm. Gut. Gut, 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 gut. Gut, Quaschanlage, wieder ein Autofest, fertig. Ja, ich tue da mal. Ist der eine, der steht noch immer da. Kollege, hast du dich festgepackt? Geh runter da. Leute. Ich muss wieder mal meine Tankstelle schließen, sonst geht der da nicht runter. Ich tue da nicht. Ich tue da nicht. Ich tue da nicht. Ich tue da nicht. Schaut einmal. Neue Donuts. Alkohol habe ich nicht. Ich tue da nicht. Servus Silvia, Außerirdische. Ja, keine Hüte mehr. Kann ich auch bestellen. Wir brauchen Produkte. Produkte, und zwar Erfrischungsgetränke. Zwei von denen. Zwei von denen. Äh. Taster, Taster, Taster. Snacks werden wir hinzufügen. Taster, 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 haben auf 6,62, dann Alkohol wärmer nicht, äh, viel hinzufügen können, schätze ich mal. Zigaretten ist eigentlich, ja, anscheinend, wirklich, wichtig. Ähm, Eiscreme, ähm, wie schauen wir aus? 1006. Sehr gut. Passt. Bestellungen. Abgegeben. Ja, wir müssen, äh, der Reinach bestellen, weil ich muss aufs Geld aufpassen. Äh. Kunde an Kasse, mach, Kassier. Ah, mein Kaffee, ich liebe es, Leute. Was ist, ist das schon, hast du schon bedient? Ja, ich muss dann die Tankstelle schließen, der hat sich da festgepackt, ich muss dann bald schließen. Äh, wie schaut's mit dem Lieferauto aus? Der ist dann gleich da, Leute. Der macht, nö, das geht ein bisschen noch, also lange arbeiten sie heute nicht mehr. Dann haben sie Feierabend. Feierabend. Äh, Feierabend. Ja, du musst dein Auto selber waschen, tut mir leid. Bringt mir zwar auch Geld, aber irgendwie. Weiß nicht. Ja, während der da ist, muss ich da ein bisschen weiter zusammenräumen, Leute. Wir sind da. Ja, genau. So, komm her da, Otto. Servus. Ah, gut. Lagerhaustor. So, ordentlich bestellt einmal wieder. Der Hüter habe ich zwar jetzt nicht bestellt, aber wurscht jetzt, Leute. Also mein Ziel sowieso für diese Session, ich meine, ihr merkt das ja eh nicht, aber Zeit für diese Session nehme ich mir vier Folgen, weil mehr geht einfach dann heute nicht mehr. Dann mache ich, äh, muss nämlich am Abend, Nachmittag noch wohin fahren. Und dann am Abend, weiß ich nicht, dann möchte ich was anderes, let's playen. Und zwar den Bausimulator, der gehört auch wieder aufgefüllt. Detteldu, Leute. So. Ordentlich viele Produkte, dass wir ordentlich viele Produkte haben, Leute. Jetzt sagt er, Detteldu. Detteldu. Gerne, danke auch. So. Lagerhaustor weg, Waschenlager. Gut, ihr bitte. Ein Geist. Schaut doch mal. Elvis. Elvis lebt, Leute. So, ich werde da mal nachfüllen. Snacks habe ich jetzt... Oh ja, habe ich eh bestellt. Gott sei Dank. Ich habe jetzt vergessen, was ich alles bestellt habe. So, und da den Rest hin. No, no, no. No, no. Was heißt no, no? Ya, sag einmal, was führst du da auf? Verschreck dich meine Kunden. Ähm, Zigaretten. Was ist da los Ach Leute, das habe ich ja gar nicht bestellt Genau, Brillen könnte ich da Und Zeitungen, müsste ich auch noch nachfüllen So, ich habe keine Zeitungen auch mehr Das ist ewig So, die sind in Pause, Leute Sind alle in Pause gegangen Was soll denn das Alkohol habe ich ja auch bestellt, genau So, da Alles, alles bestellt Alle runen sich aus Gute Nacht Der steht noch immer da, somit, Leute Ist das gerade ein guter Zeitpunkt Dass ich momentan meine Tankstelle schließe Damit er sich wegpackt, Leute Nö, so geht das nicht Oh, seit Ewigkeiten Die Tankstelle wieder mal geschlossen Ist der jetzt weg Ja, jetzt ist er weg Gott sei Dank Ja, die Tankstelle schließen Kann ich euch noch bedienen Ja, jetzt bin ich wieder alleine bis in der Früh Oh Die Mitarbeiter haben schon Nachtruhe, Leute So, kommts Geh einmal Zeig dir mal, wie das geht, Silvia Ja, sie muss doch im Level steigen, Leute Was, Tankstelle ist zu Gut Ähm, es wartet keiner mehr Äh, so Alles, was Benzin ist, muss ich nachfüllen Kraftstoffvorrat, alles, was Ja, Leute, ich muss Kraftstoffvorrat, äh, nachfüllen Und mein Mist Den Mist hier wegräumen, Leute So sei es, so will es, das Gesetz Ah ja, das ist ja die Die erste Session eigentlich Ah, die, ja genau, die erste Session in den neuen, ja Ah, 23 Finde ich cool So, mal aufwischen hier Mal in Ruhe zusammenwischen, Leute So Haben wir da alles? Na, bitte Und dann das Klo Häsel Ha, bei uns in Österreich sagt man Häsel Äh Oh Falscher Knopf So, da mal Das Klo zusammenwischen So Zack Da aufräumen 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 Eisenfisch Ein Fisch Und da weg Super Passt Gut Klo ist sauber Na bitte Was ist denn da eigentlich? Hab ich Achso, der Tankaut Tankauto Tankauto kommt Servus Damit ich wieder Super loslegen kann Am nächsten Tag Ich Ich werde jetzt eh gleich wieder eröffnen Weil ich brauche Geld, Leute So Tankstelle ist da So Müssen wir warten, bis der Das ausgerollt hat Den Schlauch So Kommt Doch Sehr gut Ah Toll, Leute Komm ich gleich durch So Können wir Eigentlich können wir da noch ausmalen Das haben wir ja blau Genau Ähm Welche Farbe haben wir da? Ist das die richtige Farbe, Leute? Das ist die falsche Farbe Ich weiß nicht, ob das die richtige Farbe ist Ich muss nochmal schauen Das muss ja wirklich genau sein Ja Das ist die richtige Farbe, Leute Ja Ich habe die Die Werkstatt erweitert Muss natürlich sein, Leute Kostet mich das was Ha Nö Die Farbbestellung kostet mich was Genau So Tank ist einmal drin Die Werkstatt wieder Frisch streichen Muss natürlich immer sein, Leute Ja In einer Stunde kommt dann schon Der Tobi Somit geht sich das perfekt aus Mit den vier Folgen Weil es ist ja der Plan Also wenn der Tobi kommt Dann muss er halt Aufgabe und keine Ahnung was machen Dann muss er mal essen und so Und dann Äh Geht er zum Computer Denn am Abend Bin dann ich wieder dran So So Schauen wir mal Es wird Auf jeden Fall Sehr stressig Zukünftig werden Ja Ja Aufgepasst Nicht kleckern Kleckern nicht Die Türen auch ausmalen Ich weiß nicht wie viele Stifte Ah wie viele Stifte Wie viel Farbe ich eigentlich noch hab Es wird schon wieder Tag Jetzt können die Mitarbeiter schon wieder kommen Muss ich mal überhaupt einmal die Tankstelle öffnen, Leute So Damit es auch schöner ausschaut Passt schon, Leute Die ganzen Malereien da So Dann eröffnen wir mal die Tankstelle wieder Ja Die ist geschlossen Äh Guten Morgen Ich brauche Geld Äh Muss ich telefonieren oder irgendwas Was ist denn da eigentlich Nö Das können wir auch einmal wegräumen So Öffnen wir Ich speichere mal das Spiel, Leute So Überschreibe ich Zack Und es geht weiter Dust Bowl Also ich hoffe die ersten Gäste Also ersten Gäste An dem Tag So Meine Mitarbeiter kann ich gar nicht bezahlen Ich hab kein Geld mehr Ich brauche über 400 Also 600 glaube ich brauche ich Im Gesamt für die Mitarbeiter Kommt doch Aber die Folge ist eh gleich raus, ihr Lieben Jetzt muss ich auf die ersten Kunden warten Da kommt keiner Kommt zu mir Komm doch Sackbauer Es wird alles Äh Teurer Nö So Nachgefüllt haben wir Die Waschsachen Da Ja Ein paar Sachen noch Muss ich auch bestellen Aber zuerst muss ich einmal schauen Dass ich Kunden kriege Flaute Komm her Du fasst jetzt rein zu mir Ja Kommt der erste Kunde schon Zwei Haben wir zwei Zaps 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 sollen Ich kann ja nicht Na Leute Jetzt will ich schon wieder hingehen So ihr Lieben Aber die Folge ist jetzt vorbei Dann machen wir weiter Ja Das wird dann in sechs Tagen wieder sein So wie immer Und ich warte da auf meine ersten Kunden Kraftstoff zum Beispiel Dass ich da ein bisschen Geld einnehme Der muss tanken Leute Ja komm Boah Polizei Ey 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 Ja klar Wenn ich die ganze Zeit Immer nur Ähm Ausbau Great So da haben wir den nächsten Leute Das muss ich Muss ich alles selber machen Oder was Ähm So mal wieder nachfüllen hier Alkohol habe ich nachgefüllt Alles perfekt Aber vielleicht werde ich dann am Abend Die Session dann weiterführen Mit einer langen Pause Halt Weil es macht gerade so Bock Leute Servus Es ist Weihnachten schon vorbei Also es gab ja vom Spiel selber noch kein Update Seit Weihnachten Aber eben Ich habe ja Erweiterung Ausrund Ich kann die momentan nicht bezahlen Aber da steht momentan eh keiner draußen Ach Leute Somit muss ich wieder Auto waschen Nö ich will nicht Ich will nicht Auto waschen Werkstatt So was brauchst du Ein Reifen Zwei Reifen Zwei Reifen braucht er Zwei Reifen braucht die komische da So aber die Folge ist um Leute Den mache ich jetzt noch Und dann beende ich diese Folge Dann geht es in der nächsten Folge weiter So und da drüben Immer die nächsten Reifen Plattenreifen Willkommen beim K-Mechanik-Simulator Leute Hatte ich auch einmal auf meinem Kanal Aber das machte dann mit der Zeit Keinen Bock mehr Ähm Was haben wir da eigentlich Ah die Was ist das da Hä Zündkerze Wie komme ich an die Zündkerze ran Ja So ich muss die Zündkerze einbauen Ach Leute Ach so schraube ich raus Kommt der nächste rein oder was Ja Wieder zuschrauben Ja mit Zündkerzenwechsel Leute So Äh Und dann haben wir die Türe Es hat ja keine Ding mehr Keiner Kratzer mehr Leute Muss ich mal von da nehmen Diese Kratzer sind unheimlich teuer Leute Was ist denn jetzt noch Ein Spiegel auch noch Da gibt es auch keine Spiegel mehr Ich muss kurz rüberschauen Spiegel holen Leute Es sind ja immer schon Überzeit Wegen dir du Weil du so viel brauchst So danke Tschüss So ihr Lieben Dann sage ich danke fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Game over Und ciao Oh